Ja, meine Damen und Herren, danke für die Geduld. Heute ein bisschen länger gedauert als sonst, wird aber sicherlich seine Gründe haben. Ich begrüße Sie herzlich zur Pressekonferenz nach dem Regionallegerspiel Rot-Weiß-Essen gegen KFC Jürdingen. Das Endergebnis lautet 5 zu 0. Die Tore erzielten zweimal Stuttgart, Platzeck, Reier und Freiberger. Wir hatten 6.540 Zuschauer, keine Parallelspiele, deswegen keine weiteren Ergebnisse. Und deswegen sollen wir uns jetzt auf die Trainer konzentrieren, die ich herzlich begrüße, nämlich zunächst unseren Gast Morat Sala und von Rot-Weiß-Essen Markus Reiter. Und unseren Gast bitte ich, den Anfang zu machen und seinen Kommentar zum Spiel zu sprechen. Erstmal guten Abend an alle Anwesenden. Sie müssen verstehen, dass ich natürlich im Augenblick sehr, sehr aufgewühlt bin. Aber ich will das Spiel jetzt auch nicht zu lange analysieren. Ein kurzes Fazit nach dem Spiel. RWE war einfach besser als wir. Und für alles, was die Spieler gemacht haben, beziehungsweise was taktisch war, Motivation etc., geht an mich. Meine Schuld. Die Jungs sollten nicht gut einstellen können. Mund abwischen, weiter geht's. Nächste Pflichtaufgabe wartet. Wir glauben noch dran. Es liegt immer noch in unserer Hand. Und das ist Fakt. Und mehr will ich auch nicht dazu sagen. Danke, Herr Sala. Dann reiche ich gleich weiter an Markus Reiter. Auch von mir nochmal einen schönen guten Abend. Ich glaube, dass wir aus rot-weißer Sicht heute ein gutes Spiel gesehen haben, wo wir es geschafft haben, unseren Plan zu jeder Zeit auf dem Feld umzusetzen. Dass es dann auch in dieser Höhe, denke ich, ein verdienter Sieg für uns rausgesprungen ist. Da hat sich die Mannschaft für eine sehr, sehr konzentrierte Trainingswoche belohnt. Wir haben nochmal was Neues einstudiert. Wir wollten uns sehr viel mit Fußball beschäftigen. Und das hat man heute von Beginn an gemerkt. Wir hatten ein sehr, sehr gutes Abschlusstraining, wo wir Spannung drin hatten. Wir hatten einen Standards-Wettkampf gemacht, wo Tore gefallen sind. Und ich bin mit dem Auftritt meiner Mannschaft heute Abend wirklich sehr zufrieden. Ich bin zufrieden darüber, dass wir aus Standardsituationen Tore gemacht haben. Ich bin zufrieden damit, dass wir aus dem Spiel heraus immer wieder es geschafft haben, dynamisch in den gegnerischen 16er zu kommen. Und letztendlich, dass wir da zu Null gespielt haben, ist ein weiteres Indiz dafür, dass wir sicher stehen und immer mehr alle Mann, die ganze Mannschaft, die elf Startleute, die Ergänzungsspieler zusammen den gemeinsamen Plan verwirklichen. Und auch, wie man heute gesehen hat, daran glaubt, dass das funktionieren kann. Vielen Dank, Markus Reiter. Gelegenheit für Sie nun, Fragen zu stellen. Bitte schön. Herr Reiter, die Nase von Philipp Zweigern, dieser Bedenken schief aus. Gibt es irgendwelche Bedenken für das Spiel am Donnerstag? Ja, also es gibt noch keine richtige Diagnose. Also ich habe gehört, dass Sie nicht allzu schief waren. Wir hoffen, wir möchten es so schnellstmöglich checken, ob sie wirklich gebrochen ist. Damit wir, ja, wir brauchen dann eine Maske. Das ist ja fast üblich dann, dass man dann trotzdem spielt. Und da brauchen wir so schnellstmöglich Gewissheit und werden das heute Abend noch checken. Markus Reiter, die Sechserposition von Leon Binder, das hat ja, glaube ich, ganz gut funktioniert heute. Wann ist das entschieden worden? Und könnte das jetzt auch in den nächsten Spielen nochmal so kommen? Das ist entschieden worden eigentlich, ja quasi nicht Anfang der Woche, aber wir hatten die Idee Anfang der Woche und haben es im Training vorbereitet. Weil wir einfach glauben, dass Leon da mit seiner Aggressivität, mit seiner Lufthoheit, er gewinnt da, glaube ich, jeden Zweikampf in der Luft, gewinnt jedes Kopfballduell. Weil da haben wir, ja, bei langen Bällen einfach noch im Zentrum jemanden, der Kopfball gewinnen kann. Und das war heute ausschlaggebend und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ja, wir wollten den Gegner zu langen Bällen zwingen. Wir sind vorne ein bisschen früher draufgegangen. Wir wollten den Innenverteidiger dazu zwingen, relativ schnell ins Zentrum zu spielen mit einem hohen Ball. Um dann halt unsere Stärke mit Philipp Zeiger, Andritschie Weber und da jetzt noch zusätzlich Leon Binder da in dieser Zone Kopfballstärke zu haben. Das hat gut funktioniert. Murat, du hast den Spielern gesagt, nach dem Spiel nicht mehr Richtung Kurve zu gehen. Außer hohen und dickbar haben das auch, glaube ich, alle gemacht. Hast du das Gefühl gehabt, es hätte so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht? Nein, ich habe ihnen nicht gesagt, dass sie nicht zur Kurve gehen sollen, sondern ich habe gesagt, sie sollen reingehen. Also auch noch eine Frage. Die heutige Nachfrage mit der Lizenz, mit dem Problem mit der Lizenz, kann das sein, dass das in den Köpfen der Spieler irgendwie eine Rolle gespielt hat? Völliger Schwachsinn. Völliger Schwachsinn. Warum trotzdem? Ich gehe jedes Spiel raus, um das Spiel zu gewinnen. Ich meine, wer den Text dann so genau liest, wird dann auch feststellen können, dass wir noch eine Zeit haben. Und das ist ja nicht das erste Mal beim KFC passiert. Weil natürlich sind vier Vereine beeinträchtigt, aber über uns wird nur geschrieben. So, und das heißt jetzt, was heißt das jetzt? Das Falle Erinnern ist auch dabei, Borel ist auch dabei. Also bei der Witz etwas darüber geschrieben, dass die Großartig dabei sind, dass bei denen jetzt Chaos auf einmal ist, wie bei uns. Und wir sind alle entspannt und da wird irgendwas geschrieben, dass das, jetzt geht die Weltmeid KFC unter. Und wir sind wahrscheinlich von allen vier Beteiligten am wenigsten betroffen. Das ist halt mal, bei uns sind nochmal mehr Klicks, das ist nochmal der KFC-Hörding. Wenn man negativ verschreibt, dann habe ich mehr Klicks, kann ich besser Werbung verkaufen. Ja, aber dennoch, es war ja auch der Abstiegskampf wenig zu spüren. Die Einstellung war nicht gut. Ja, dann hat das aber nichts damit zu tun, dass so eine Nachricht rausgekommen ist. Das akzeptiere ich auch nicht, dass es völliger Kokoloch ist. Sondern es geht hier um Ehre. Wir wollen gewinnen. Ich meine, welcher Spieler geht auf den Platz und sagt, ich will verlieren? Na dann soll er Tischtennis spielen oder soll er Schach oder sowas. Das ist entspannt, das kann er ruhig machen. Beantwortet? Ja, okay. Gibt es denn noch weitere Fragen? Ja, das ist nicht der Fall. Dann danke schön für Ihr Interesse. Unsere Gäste und Schminder-Botter-Gerz-Weißer. Ja, das ist eine Frage, wer ist es jetzt? Ich danke für Ihr Interesse. Das ist ein Thema, der wir in der Landesregierung haben, das ist ein Thema, der wir in der Region. Wir sind ein Thema, das ist ein Thema, der wir in der Region. Das ist ein Thema, der wir in der Region. Tschüss. Vielen Dank.